Nein, ich habe keine Acker aufgestellten. Ihr wolltet jetzt 20 Cappuccino oder 20 Glatte Macchiato noch? 20 Cappuccino und 20 Erdbeerkuchen. Hi, was geht? Hallo Jane, was geht? Hallo Hans, wirklich gedrückt. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir Geburtstag. Hey Leute, wir können doch mal ein bisschen leiser reden. Ich hab das Ding ja kein Wort. Viel Spaß beim Weggehen, tschau. Der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, dann feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Die nächste Strophe weiß ich nicht. Bist du gerade kurz kaputt gegangen an meinem See? Wieso? Eure Freunde. Echte Freunde. Echte Freunde. Echte Freunde.